Guten Morgen, Gennie. Guten Morgen. Ach, die sind ja schön, ne? Meiner. Warte mal, ein Entchen. Ach, zum Puddel zurück. Sieb. Puddel zurück. Schwarze Peter. Schornsteffiger. Wir haben jetzt noch, beziehungsweise muss ich achim aber sehr animieren überhaupt, damit der überhaupt Bock drauf hat. Er hat gesagt, mach doch mal, bau doch mal das Vorderrad aus, mach doch mal hier Hinterrad und so, drei Speichen drin. So, auf 306 hier wurden wohl. Und wir haben eine schöne Gazelle, hier baut eine schöne Stadtschlampe. Stadtschlampe. Ist ja alles verpönt und verboten. Also wir haben eine Stadtschlampe. Zack! Schaut euch an. Gazelle, echt, diese alte Form, also dieser alte Rahmen, dieser filigrane noch, dieser schöne, dieser klassische. Stadtschlampe. Hier dran war alles fest. Die alte Felge, die hier drin war, die liegt jetzt hier. Könnt ihr das sehen, hier. Ja, das ist die alte Felge. So sah die aus. So sah der Rest von den Anbauteilen auch aus. Deswegen sind sie alle nicht mehr dran. Also Schutzbleche und so, total verrostet und hier, äh, 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 abgebrochen teilweise. den Kettenschutz mussten wir abbauen, weil der ist zerfallen. Beim Anfassen ist der so grrrr, 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 scrrrr, scrrrr. Das ist ja so kranisch. Hat der gemacht, nicht wahr. Naja, das ist hier passiert. So, oder so, wir haben ein neues Hinterrad drin, also ein neues gebrauchtes, reanimiertes. Leider jetzt eben Aluminium, ist aber jetzt nicht so schlimm. Wir haben eine andere Bremse, dann, weil die alte Bremse war dann dann verbogen und war hier abgebrochen. Ne, warte mal, irgendwo, ich glaube, ich war hier gebrochen. verbogen und so rostig dass die feder demnächst gebrochen wäre haben wir jetzt hier eine neue alte bremse angebaut also auch reanimiert neuen zug ist natürlich drin dass die bremse auch funktioniert also es ist so gemacht dass man damit fahren kann ganz einfache nummer eingang rücktritt bremse stadtrad city flitzer was ich noch nicht probiert habe was mir gerade einfällt und wo mir gerade der schauer über rücken läuft ist ob sich der sattel bewegen lässt jetzt habe ich so schön aufgebaut wenn der sattel sich nicht bewegen lässt der zelle mit kugel lagers mit kugel lagers ist auch schön dass sie schon kugel lager eingebaut haben also wirklich eine recht alte version hier steht überhaupt nahmen das nur der zelle aber es scheint eine wirklich recht alte produktion zu sein wenn sie werbung damit machen dass kugel lager verbinden die gibt es ja nur noch schon sehen gepäckträger funktioniert den haben wir dran gelassen ist das einzige was funktioniert hat was auch funktional ist finde ich ständer neue decken neue schläuche neu gefettet vorne neu gewartet hinten kette mal die alte genommen die muss ich erstmal ein bisschen reanimieren wieder wird da zwischendurch immer mal wieder gespannt die ist noch ein bisschen ein bisschen träge noch ein bisschen das müssen wir sehen wie sich das macht wie gesagt so als city blitz stadt schlafen kann man jetzt schon mal gelten lassen gefällt mal kurze runde und das ding verkauf ich heute so gefuckt so geil wir haben jetzt schon mal die zacken hast du nicht einen kunden für mich der ein fahrrad sucht für den fahrrad fahren vielleicht verkauf ich mal was mit einem schreck mit einem anruf 160.000 euro gewinnen und hast gewonnen die noch nicht muss ich halt machen gerade gegen menschen handelbande partien im punkt verhaftet karlerscheid vor der freigabe von arzt kronach freigabe erste selbst ist für berliner schüler örtlich schneeregen auf alle fälle schön gemacht wolfgang kennst du noch die die melodie ich weiß gar nicht ob du das kennst naja das waren die wollen die news von heute wir sehen uns morgen da sind diese porno voll poliert das hat sie mal so gebüßt die sind richtig poliert wofür zum erstehen einer standpumpe diese erkennt man nur aufregen weil diese billig schrauben hier riecht sich überall drauf da muss man ja was erledigt für quasi selbstgespräche hier müsst ihr euch mal vorstellen wie sich andere von außen steht einfach sein keller ist ja nicht so dass irgendjemand steht um ihr zuhört wenn er quasi verrückt billiger und gehst aus kamera spackt wieder also noch mal post also ich habe jetzt hinten die bremse abgebaut ja ob die schwarze und da ist der bremsockel drin stecken geblieben den hat jetzt mit schraubstocks entfernt das weiß ich nicht ob das alles drauf ist und jetzt habe ich die neue bremse abgebaut eine silberne damit das so ein bisschen passend ist vorne hinten silber bremshebel silber sind neu sind die hebel an dem rad ja was ist denn jetzt hier neu also decke schlauch vorne bremshebel steuersatz alle züge natürlich selbstverständlich und die bremse beläge weil die habe ich nicht irgendwie offensichtlich vorher folgt ihr eine bremse abgebaut habe ich hier neue bremshebeläge verschoben ja hallo ja hallo ja hallo danke jo halt falsche kiste halt falsche kiste tadaa wir haben ein dickes hier drauf also also wenn sie funktioniert noch nicht jetzt kommt ein bremszüge rein griffe ruf und dort dann ist das rad eigentlich sattel natürlich und dann ist das fertig ach ja also soll ich eigentlich wie gesagt die puffer werden genau gedreht hier dieses space die aus den dicken hier in und die dünnen da außen das muss natürlich andersrum bei der gabel weil die gabel ist sehr eng gebaut und guck mal heute die auseinander gehen also musstet anders um die dicken da außen die dünnen da kommt hier weiter zusammen und ergibt einfach ein presser besseren bremsergebnis letztlich ist jetzt nur vor eingestellt das ist jetzt erst mal hier bis ihr kennt noch den zug drin hat und dann kümmere ich mich um die brems jetzt hinten den zug halt jetzt ist es nicht jetzt ist es nicht Sack-a-boom-puck-a-puck. Sack-a-boom-puck-a-boom-puck. Untertitelung des ZDF, 2020 perfekt jetzt laufen wir alle aneinander vorbei die kreuzen sich nicht also die berühren sich auch nicht ja mal so 23 cm abstand und dann perfekt ja perfekt ja perfekt 1-1-1 Stört wieder da heute ja auch. Du weißt! Einer weißt du weißt! Läuft Next Pflasterat, die wollen sie anhaben. Nur wenn sie den Preis einhören, weil es sowas kostet. Dann zucken sie. Neun Minuten drauf. Zack. Jetzt hört der an. Wolpertinger. Schön zusammengeschreibt. Stütze ab. Stütze ab. Und der Färbel. Stütze ab. Yip. Man, 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 da meckert auch einer mit seinen Kindern rum, dann melde ich mal den Jugendamt. Na, was los? Habt ihr Corona-Krise oder was? Das ist jetzt gerade eben fertig geworden. Jetzt habe ich gerade den Sammelang geschraubt. Habt ihr auch da hinzulackt? Ja, habe ich jetzt... Bergamon. Alle schreiten einfach Trackingräder. Und jetzt habe ich ihr es gebaut. Und dann habe ich es gebaut. Dann haben sie zu viel Schaltung. So geil. Wenn jetzt keiner mehr kommt und das nicht haben will, dann triff ich aus. Das sieht glücklich aus, was? Ja. Hallo. Hallo. Wegen der Platz hier. Das ist ja doch was. Du musst ihn nehmen. Wieder was zum Obbauen. Weil wir die Klau-Klau-Klau. Unterkunftsfestig. Hat der An-Den-Den. Wir haben die Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau. Es ist ja auch gerade da so. Und jetzt muss man vielschnitt an das Dichter an den Rückenn einfacher zu verfinden. Wir haben da einen Rücken aus, das ist ja auch noch gut. Und da ist ja auch ein Rücken Academy. Ja. Bei meinem Dichter-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau. Untertitelung des ZDF, 2020 Zack, 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 zack. Dobrze tak, tepszy dog. Dobrze tak, zack. Dobrze tak, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Okay, hier mal zum Thema. Ich muss das ganz vorsichtig anfassen. Schaut mal hier. So fährt er durch die Gegend. Der ist offen. Der ist ja gar nicht richtig fast hier. Schnellspanner schließen. Passiert eben so. Das ist viel zu locker. Hui, die Gabel ist durch. Ui, 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 ui. Gabelanschläge. Ich denke, die Anschläge nutzt in der Gabel. Die Gabel ist verzogen. 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 Das ist gut.